So und abgut ihr starten. Das war's für heute. Was? 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 Fuck. Oh fuck. Was? Ja! Ja, jetzt habe ich es. Ja! ... 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 Ihr könnt zu jeder Zeit die Rotationsbewegung der Gondel stoppen, indem ihr die Flügel in eine neutrale Stellung bringt oder sie loslassen.